So, mal ein kleines Update. Gerade eben wurden die Container hier entleert von einer Firma. Für mich war wieder die Gelegenheit hier mal nachzuschauen wie es aussieht. Sieht nicht gut aus. So. 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 ich noch sagen gar nix mehr es scheint einfach nicht zu interessieren oh oh also normaler wohnbereich hier ist klar zufahrt parkplatz will eigentlich nur wieder zeigen bin mir sicher dass es so ist dass dieses tor dort wieder eichhörnchen alles gut natürlich steht es wieder offen ja klar es steht immer offen immer seit ich hierher komme das tor war noch nie verschlossen noch nie ich gehe jetzt hier nicht durch die matsche oh